Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier auf KönigsblauTV. Mein Name ist Kesti und wir starten durch. Erstes Thema. Keke, top, Leute. Darf den Verein nicht wechseln. Ja, sehr, sehr gute Nachricht an der Stelle. Wenn wir Keke hätten abgegeben, wäre ich doch echt traurig geworden. Und irgendwo muss man vielleicht wirklich mal die Grenze ziehen und sagen, jetzt ist gut gewesen. Gerade bei einem jungen Spieler wie Keke, der wird es später verstehen, warum wir es so tun und ihn nicht gehen lassen. Und fühlt sich für den Moment vielleicht nicht gut an, aber der soll ruhig immer noch bei uns bleiben. Großer Nachteil natürlich, wenn am Ende des Tages sein Vertrag einfach ausläuft und er ablösefrei dann wechseln sollte, dann tut es natürlich weh. Allerdings, ja, ich erwarte mir ehrlich gesagt sehr viel von ihm in der nächsten Saison. Und deswegen würde ich ihn auf keinen Fall jetzt auch ziehen lassen. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung. Und das ist meine Meinung dazu. Dann, nächste News, Leute. Wir haben einen neuen Spieler. Und zwar haben wir einen Jungbullen uns gekrallt von RB Leipzig. Das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ein 17-Jähriger. Und zwar ist das Aris, da muss ich nochmal nachgucken, Aris Bajidir. Ja, der junge Mann ist, wir können auch hier direkt die nächste Folie mal an den Start bringen. Der junge Mann ist 17 Jahre alt, spielt im zentralen Mittelfeld, ist also Achter. Aber vielleicht perspektivisch gesehen schon der Ersatz für Asanao Draogo könnte natürlich gut sein. Sobald der eine weg ist, brauchen wir natürlich Ersatz. Und ja, er soll jetzt erstmal einen, noch nicht sofort einen Profi-Vertrag bekommen, sondern der Profi-Vertrag würde erst dann zum Tragen kommen. Und zwar, wenn er 18 wird. Im Dezember ist das der Fall. Ja, und dann spätestens soll er auch in den Profi-Kader aufrücken. Es ist aber auch noch nicht offiziell, die ganze Geschichte. Schalke ist offensichtlich noch am Verhandeln aktuell mit RB Leipzig. Da geht es noch um Details. Die Ablösesumme soll wohl nicht allzu hoch ausfallen. Deswegen, weil man ihn jetzt noch während seiner Jugendzeit verpflichtet, wird wohl eine Ausbildungsentschädigung fällig. Und die wird nicht allzu hoch ausfallen. Also wenn das klappt, dieser Transfer, auch da muss ich sagen, sehr, sehr krass. Ihr seht selber, in 22 Spielen hat er sechs Tore und fünf Vorlagen jetzt geleistet in Leipzigs U19. Als 17-Jähriger. Das ist schon echt stark. Hier steht ein Vertrag bis 2024 jetzt drin. Das ist nicht ganz korrekt, da RB Leipzig tatsächlich den Vertrag aufgrund einer Option wohl noch verlängern konnte. Aber nochmal, es ist kein Profi-Vertrag, sondern ein Ausbildungsvertrag. Und deswegen wird auch nur eine Ausbildungsentschädigung dann auch fällig für Bayern. Ja, also krass. Wäre auf jeden Fall auch ein guter Transfer, würde ich mal behaupten, an der Stelle. Man weiß natürlich, wir wissen natürlich alle nachher nicht, wie die Jungs funktionieren. Und ist längst nicht jeder Transfer gut. Aber bis jetzt, würde ich sagen, macht Ben Manga eigentlich wohl einen ganz guten Job. Es wird natürlich nachher entscheidend sein, auch wie, was machen wir mit den Spielern, die aktuell auf der aussortierten Liste stehen. Ja, wie schnell kriegen wir die los, was müssen wir auch an Geld für die bezahlen. Auch das gehört zu der Geschichte Transfers jetzt auch mit hinzu. Da muss man auch ganz klar sagen, jetzt den einen oder anderen jetzt verpflichten. Okay, ja, ist schön und gut, aber da muss doch der eine oder andere auch weg. Das ist auch der Fall. Jo, und was ist noch passiert? Schalke hat einen neuen Freund gefunden. Ja, ein neuen Kumpelklub, der VVV Venlo. Ich weiß nicht, wie man es auf holländisch ausspricht, aber dieser Verein mit den seltsamen Vereinsfarben wird auf jeden Fall unser neuer Partnerverein werden. Partnerverein ist folgendes. Schalke hat sich jetzt überlegt, wollen mehrere Partnervereine mit ins Boot holen. Venlo ist jetzt der erste. Und wenn Schalke Talente hat, die ja nicht so richtig dazwischen passen. Ich sag mal, da ist ja ein großer Gap zwischen der U23 und der Profimannschaft von Schalke. Außerdem gibt es auch immer wieder Talente, die ja aus diversen Gründen womöglich nicht großartig performen können aktuell. Um denen einfach mal wieder frischen Wind zu geben und so eine Zwischenstufe bieten zu können, möchte man in Zukunft eben diese Partnervereine aktivieren, nutzen. Und ja, diese Spieler dann tatsächlich da parken. Und vom Kern her, denke ich, ist das eine gute Idee. Man muss allerdings dazu sagen, solche Partnerschaften, finde ich, sind eigentlich selten wirklich mit Leben gefüllt. Ich kenne da wenig Beispiele, wo es wirklich gut funktioniert. Das allerbeste Beispiel, wo es funktioniert, wo es aber auch ein ganz anderes Konstrukt ist, sind natürlich die gesamten Vereine von RB Leipzig. Liefering, Red Bull Salzburg, Rasenball Leipzig. Die können sich alle die Spieler sehr, sehr gut hin und her schieben. Oder auch in New York haben wir ja auch einen Verein. Die können sich alle sehr, sehr gut diese Spieler dann hin und her schieben. Da funktioniert es jetzt natürlich erst rein, weil man natürlich letztendlich den Zugriff auf den Verein auch hat und einfach dirigieren kann. Bei Partnervereinen habe ich das doch nicht so gut gesehen. Ich rufe gleich zurück. So, ja, das dazu. Ja, und wie gesagt, vielleicht kann man ja auch schlicht und einfach ganz gut Spieler dort parken, die vielleicht auch einfach gerade aktuell nicht funktionieren. Ich meine, grundsätzlich ist es erstmal so gedacht, dieses System, dass man junge Talente dort parkt, damit sie sich entwickeln können, damit sie perspektivisch für den 2. Liga-Kader auch da sind. Aber wie ich gerade schon mal kurz angedeutet habe, vielleicht kann man ja auch den ein oder anderen Spieler dort hinschicken, der einfach mal auch runterkommen kann. Und einfach mal chillen kann dort vor Ort, nein, nicht chillen kann, sondern einfach mal wieder frische Luft bekommt und vielleicht dann in der nächsten Saison gestärkt wieder zurückkommt. Und diesen Weg, den hat tatsächlich, gutes Beispiel finde ich, ist Jimmy Kaparos gegangen. Der ist zwischendurch tatsächlich bei PC Zwolle gewesen. Und ja, da hat Schalke ihn quasi erstmal beim Zwolle abgegeben, hat ihn nachher wieder zurückgeholt. Er hat dann tatsächlich auch nur weiter in der U23 nachher gespielt, ist aber das ein oder andere Mal auch in den Profi-Kadern hochgezogen worden, hat nur leider dann nicht gespielt. Insofern, ja, ein bisschen Erfahrung hat man mit solchen Geschichten dann natürlich auch schon irgendwo gesammelt. Auch wenn es kein Partnerverein jetzt ist, Zwolle. Okay, so, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, es ist immer noch bodenlos, wie wenig Leute abonniert haben. 38% Abonnenten, ich hab's nochmal gecheckt. Und der Rest sind Nicht-Abonnenten. Wie eine absolute bodenlose Frechheit, Leute. Ja, sofort ein Abo hier dalassen. Hier kommt mir keiner mehr davon weg, ohne diesen Kanal abonniert zu haben. Ja, und ja, wir stehen übrigens kurz vor den 9000. Ich sag einfach mal herzlichen Dank für eurem Support, Leute. Dankeschön, dass ihr mich so krass supportet. Sehr, sehr geil. Macht es gut, haut rein und tschüss.